Herzlich Willkommen zu der DigiCom Tipps & Tricks in Office. Mein Name ist Donny Lumiella. Heute geht es um OneNote 2013 Wikilinks. Wikilinks, das klingt ganz speziell, sind eigentlich nichts anderes als Links. Wie erstellt man diese? Man muss dazu zweimal die rechteckige Klammer drücken, dann den Namen von einem Abschnitt oder von einer anfälligen Abschnittsgruppen tippen. Ich nehme hier mal das Beispiel von 2015. Und dann muss ich entsprechend wieder zweimal schliessen. Wenn ich jetzt die zweite Klammer schliessen, in dem Moment wird automatisch der Link erstellt. Schon ist es gemacht. Und so geht es natürlich viel einfacher, wenn ich kurze Texte drin habe, als wenn ich den gleichen Befehl über Einfügen, Link oder über die rechte Maustaste verwenden würde. Das war es mit Wikilinks in OneNote 2013. Mein Name ist Donny Lumiella. Viel Spass beim Verlinken.